Ja, jetzt sehen wir definitiv zusammen, jetzt sind nur neun, zehn Leute. Zwölf, 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 zwölzehn, ja das sind wir dann. Er kann nur zählen, wir sind auf jeden Fall zusammen. Hypercar, Rallye, Street Tier 2. Street Tier 1, Mofa, Mofa und Tretroller. Rallye, den kann ich mit Mini nehmen. Ja, mein Lotus. Ja, ich muss den Porsche als erstes nehmen. Ey, du warst. Fahrzeugauswahl. Nehme ich den Chevo oder den Ford Focus? Ne, ich nehme nur einen, oder? Den muss ich in die Top 10 nochmal kommen, was heißt? Und hier wollte ich den Porsche einmal nehmen. Wo sind sie denn? So, wo seid ihr denn? Da, da kommt ein Jeldon. Irgendwo, wo, wo, und da, da ist ein Wuppmark und das ist ein S-U-C-K-N-A. Ist geschoben. Frech. Ich bin gefühlt der einzige mit so einer Corvette. Ich bin gefühlt immer der einzige, der einen Ford GT fährt. Ja. Ich fahre alles gleiche hier. Alle einfallslos hier. Ist so. Einfahrtslos. Ich fahre da der Standardauto, von daher. 14. Nein, ich habe das falsche Auto ausgewählt. Oh, den sehe ich da so. Platz 16. Ey, bist du genau hinter mir gestaltet. Hey. Wurde gerade von so einem gelben Auto gerammt. Ich auch? Ich weiß gar nicht, wer das war. Jetzt wurde ich unter von so einem bunten Auto gerammt. Oh, hey Junge. Ohoh, oh. Wo bin ich denn denn? Okay. Ich bin fast über die Brücke geflogen, da hinten hoch. Ich bin über die Brücke geflogen, glaube ich. Oh, wow. Wow. Oh, 22. Oh, ey, Leute. Das war ich. Das. Manchmal kann man einfach nicht dafür. Ohne zu gucken, wie wir auf die Strecke fahren. Vorsicht, Brücke. manchmal kann man einfach nichts dafür ähnlich haben wenn ich habe immer vor der Brücke steht ich würde ja genau das gerne Brücke an der Brückenwand langsleide bleibe ich einfach stehen wenn ich wo bist du da vorne ist er ich sehe du scheiß Penner direkt auf zwölf gekommen gerade weil so viele plötzlich an der Wand standen oh Gott diese Kurve das ist ein Chaos rennen hier ja geil wozu habe ich um den Bremsen wenn sie eh nicht funktioniert halt noch mal aufzuschieben von in der Sonne schweine ich habe gerade den Neskalt direkt gemacht einfach an der Wand lang bleiben in der Kurve oh ja man sieht nicht immer wenn die Wand dich dann ansaugt dann hast du ein Problem ja so wie bei der Brücke bin ich erst mal stehen geblieben das war gerade ein schöner Drift tatsächlich auch noch so weit vorne? zwölfter alter ja ich konnte gerade irgendwie fünf Dinger gleichzeitig überholen weil sie alle in der Wand hingen die wollten doch den Neskalt-Trick machen sind immer hängen geblieben weswegen sehe ich denn ich bin hier noch auf Platz 22 oh toll musst du dir einmal Nase kratzen ist vorbei aber nicht kratzen ja aber es juckt anubis lass jucken nächste Karre oh nein ich sehe ihn du hier so sehr kann yay ok ok ich sehe ihn nicht ich sehe ihn ja ich sehe ihn ich sehe ihn ich sehe ihn Montag sehen wir dann Gesprächsthema Nummer 1 Weil auf einmal so viele Leute zugeguckt haben, wovon wir gar nichts mitgekriegt haben Weiß ich nicht, wenn die zugegucken, ja Da sind Saufspiel draus gemacht oder sowas Ey, du hast mich geholt, du Arsch Wasser, nein, ich hasse Wasser Yo, moin, da bin ich Hallo Ab durchs Maisfeld So gehört sich das Weißt du, wo ist hier Mais? Ja, keine Ahnung, das ist ein Feld, wo ich nichts sehe Für mich ist das ein Maisfeld Ui Oh, ich dachte gerade, der Baum wäre fest Aber so gut warst du nicht Weiß ich, ob das eine gute Idee ist, hier Köffel dahin zu fahren Ich mach das auch Oh doch, ja War eine gute Idee Okay, da ist auch noch einer der Probleme Oh, scheiße Ist fest, der Baum Oh, gut Gut, dass der fest war Der ist einfach mal leicht gegen die Fels geploppt Warum krieg ich euch nicht, wo seid ihr ganz? Ein 14er Wer ist? Das ist einfach nicht geil genauer Aber ich hab's hier so immer Probleme mit Rally Rally gesehen Ja, ich hab den Fall auch Ich hab den Fall auch Ich hab den Fall auch Ja, ich hab die ganze Zeit mit so'n Zitrönen Okay, der Porsche ist richtig langsam Obwohl ich den auf Max habe Was ist denn der Max dafür? Das weißt du gar nicht Auf Max seinen Nacken geleast? Mhm Max muss da mal, kennst du doch Mhm Den gibt's wirklich Ja, der hat echt schweres Leben Der hat die meisten Kreditkarten Der hat die meisten Kreditkarten Boah, der Hetz Das Problem ist, ich muss viel mehr Risiko gehen, um euch wieder zu kriegen, ey Und Porsche ist jetzt nicht immer der schnellste Teil Aber der ist gut in den Kurven gerade Das war ich so Ach, mit denen du dich hier betteln musst Ich bin wieder direkt hin Uh, du hast aber auch gerade schon nachgelassen Markus Das Auto ist nicht schnell, das ist das Problem Okay Das ist schon Vollgas, was hier geht Vorsicht, da kommt ne Abkürzung Jo, hab ich auch Ausweis mitgenommen Ich mal mit Absicht Okay, das Auto, was ich gerade habe, das kommt vielleicht gerade so auf die 250 Also, ich kann euch sehen, aber ihr Glück ist noch zu groß Derjenige sind extrem ausgepasst Naja, das war für die Steine ausgepasst Du klingst, du klingst so ungestrengt, als ob du gleich, äh Ja, ich muss ja deutlich mehr Risiko hier gehen Versuchst du zumindest Lenny noch zu kriegen, aber die Lücke ist so groß Ich versuch Lenny den ganzen hinter mir zu halten Das ist gar nicht so schwer Meine Karre ist halt dumm Jo Hab ihn Direkt gegenüber Ja, weil ich nen Umfang gebaut habe So, jetzt fällt mir Markus Au Die Karre ist halt mega langsam, die ich habe Das ist glaube ich die langsame Karre auf dem Feld Das ist echt die langsamste Karre auf dem Feld, ey Das ist echt die langsamste Karre auf dem Feld, ey Das war wohl ich den maximal ausgebaut hatte und der jetzt auch eigentlich hier maximal sein sollte, aber okay Okay, Markus kriegen wir Der Wexler Schön von der Straße runter gedrängt Kommt die Karre auch nicht mehr aus dem Quark hier Hey, nicht ablösen Ich komme in den Berg, komm hoch Ja, wohl natürlich Ja, ich wäre noch reingekommen, aber niemand hat mich weggeklatscht So Ah Das war nicht einfach, die Lücke da aufzuholen War nicht das einfachste Rennen Ja, das war schon tricky Geh Weiter, wo wir aufgehört haben Weiter, wo wir aufgehört haben Was auch jedes Mal Ja, einfach raus Da